ja ich versuche jetzt mal den heißen lauch immer diese gravitation ich darf ihn nach 50, ne? probate da, dass er ihn nach 50 da, dass er ihn nach 50 da, 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 da da, da da also das riecht schon nach so richtigen billigen... ne doch nicht billig, kann mir nur so ver... ich wollte schon sagen, die richtige billige Hühnersuppe, so diese 500 Gramm Beutel, wenn ihr wisst was ich meine... wichtiger halber bis Kilo Beutel von Hühnerbrühe, instant, auflösbar und so weiter... ja jetzt heißt es 5 Minuten warten oder 2, je nachdem... ja kommen wir zu den Konsistenz und Zutaten... Kartoffel, Stärke, Palmöl, Coutons, Weizenöl, Plutin, Palmöl, Salz, Hefe, Antioxidationsmittel, Fußmaschinen, Extrakt... Lauch, 12%... Weiß, Stärke, Salz, Glucose, Syrup, Arom, Deine Mutter und alles mögliche... so, Lauchcreme, mit 12% werben sie damit... sieht her, ich habe auch noch Nachtisch vorbereitet... nein, sieht noch nicht her... jetzt könnt ihr ja sehen... also... die Lauchcremesuppe... hmmm, sieht das nicht lecker aus oder was... ja... oh... da sind auf jeden Fall Stückchen dabei... Stückchen nicht von... von... Brot... also... das ist schon mal was... das ist auf jeden Fall besser wie das vorherige... ja... das könnte man sich gerne... und... das ist noch übrig geblieben... feiner Bio-Obstpray Vollkorn... das kann ich mir jetzt auch... allein weil ich das kann und weil mein Zinn das jetzt wieder besser geht... ah... scheiße heiß... ah... da ist die heiße Tasse wirklich gelter... das ist gut... das ist heiß... das ist... Gebrauch von dem Let Kart